so jetzt sind wir an der kugelbarke da ist es hier sehr windig das ist keine ahnung wie das mit dem ton ist aber wir werden sehen ich bin ein bisschen zurück auf der linken seite ist jeder strand der stadt und rechts von den steinen beziehungsweise vom leibdamm hier steht natürlich auch die marke die flut kommt gerade dieser strand abschnitt ist übrigens auch der hunde strand also frauchen und herrchen können hier mit dem hund schön auf dem strand spazieren gehen ich glaube der ganze in der ferne ist ein krabbenkutter bei klaren wetter kann man hier in dieser richtung und dann fragen wir das jetzt auch nach Schleswig-Holstein auf anderen Seite von der Helbe liegt in Schleswig-Holstein da ist das ein kaltes wetter und windig ist es hier und windig ist es hier ��st du 散 doch ich muss ich könnte das die